Hallo, in diesem Video möchte ich erklären, wie viel einmal Haareföhnen kostet und wie viel CO2 dabei entsteht. Dafür solltest du bereits gelernt haben, was die Stromstärke ist und was Spannung ist, daraus resultierend, was die Leistung ist, die sich aus Spannung mal Stromstärke berechnet. Überlegen wir uns zuerst, wie lange ich pro Tag die Haare föhne. Bei mir ungefähr 10 Minuten pro Tag. Das ist die Einschaltzeit, die ich in Stunden angebe. Eine Stunde hat 60 Minuten, also 10 sechzigstel Stunde sind 10 Minuten. Das könnte man auch kürzen in ein Sechstel Stunde. Die benötigte Energiemenge rechnen wir aus, indem wir die 1200 Watt Leistung des Föhns nehmen und diese mal der Einschaltzeit rechnen. Wichtig ist, immer die Einheiten mitzunehmen und diese gehören in diesem Fall natürlich über den Bruchstrich, denn nur die Sechstel stehen im Nenner. Also rechnen wir 1200 geteilt durch 6 Wattstunden und erhalten 200 Wattstunden. In Kilowattstunden sind das 0,2 Kilowattstunden, denn eine Kilowattstunde sind 1000 Wattstunden. Das ist die gleiche Umrechnung, die wir von der Länge kennen. Ein Kilometer sind 1000 Meter. Nun kommen wir zur Berechnung der eigentlichen Energiekosten. Elektrischen Strom bezahlt man nicht pro Liter oder pro Kilogramm, sondern pro Kilowattstunde. In unserem Beispiel sind das 30 Cent pro Kilowattstunde. Die Strommenge, die wir bezahlen müssen, sind also die 0,2 Kilowattstunden und diese rechnen wir mal den Preis, also 0,3 Euro pro Kilowattstunde. Wie ihr seht, kann man die Kilowatt wegkürzen und die Euro bleiben stehen. Das noch eben schnell ausgerechnet. Das Ergebnis von 6 Cent kann ich nun in die Tabelle übertragen. Kommen wir nun zum CO2. Bei der Stromerzeugung wird CO2 frei. Wie viel finden wir auf unserer Stromrechnung? Wir müssen nun ungefähr genauso rechnen, wie eben bei den Kosten. Wir müssen wissen, wie viel Energie haben wir verbraucht und rechnen diesen Wert mal 0,54 Kilogramm pro Kilowattstunde. Und erneut lassen sich die Kilowattstunden wegkürzen. Rechnen wir das nun noch schnell aus. Und das Ergebnis übertragen wir nun wieder in die Tabelle. Fertig. Und jetzt kannst du mit deinen eigenen Werten rechnen. Denn es ist sicher interessant, wie viel Strom du verbrauchst und vor allen Dingen, wie viel Kosten du erzeugst und wie viel CO2 das eigentlich ist. Schau doch mal auf deine Stromrechnung und rechne mit genaueren Werten. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.